Wir haben auch eine Italien-Besetzung. Dieses Jahr haben wir also Länder als Bezeichnung für einen Kopfweier. Professor Schnittgarten mit einer Gruppe in Italien. Und machen wir noch einen kleinen Ausflug in die Bayerische Strafe. Kommt rein. Die Frau Schnittgarten hat die Tür zu und lässt sich rein. Jetzt wäre es schön, wenn er kommt. Jawohl. Applaus Wir singen Ihnen drei Lieder. Die Eissapfenbrenner. Die zweite. Wir Schmorgere. Ich stehe auf. Ich suche einen Schock. Die dritte. Schmitterling. Alle drei aus Oberösterreich. Ich suche einen Schock. Musik 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 Und das ist der Herr Bauer, der hat euch sein erster Sohn richtig besucht. Das ist heute eine Kultenbach-Premiera für den Nachwuchs-Dollar-Lehrer. Das ist heute das letzte Mal. Das Stimmbuch hat ihn eingehoben. Und dann haben wir doch jemanden aus dem Lohnheim. Das ist der. Lauland Ströbel. Ströbel von der Frau Stimmel. Stimmel 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 von der Frau Stimmel. Musik 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 Vielen Dank.